Wir haben trotzdem gewonnen, aber nicht weitergekommen, wir warten bis Sonntagmittag. So Jakob, was sagst du jetzt zu einem traurigen kleinen Hallensprecher wie mir zu dem Spiel? Das tut natürlich sehr, sehr weh, aber erstmal will ich gerne Dankeschön sagen für die tolle Stimmung in der Halle. Das war wirklich, wirklich geil, hier heute zu spielen. Wir als Mannschaft haben wirklich alles gegeben, die Einstellung war genau da. Leider hat alles nicht geklappt auf dem Spielfeld und deswegen haben wir nur mit zwei Toren gewonnen. Aber ich bin trotzdem stolz, dass wir haben sechs Minuten gekämpft, trotz ein paar Fehler und so. Also es waren ja, sagen wir mal, ungefähr zwölf Minuten in der zweiten Halbzeit, da war der SC Magdeburg im Final Four. Was ist aus deiner Sicht passiert, bevor ich dich frage und meine Verschwörungstheorie hier an den Tag lege? Das ist schwierig zu sagen, so kurz nach dem Spiel, aber vielleicht werden wir ein bisschen müde am Ende, weiß ich nicht. Wir haben unsere technischen Fehler in zweiter Welle verbessern. Gegen Göppingen auswärts haben wir viele Täter da gemacht und das war nicht der Fall heute, ein bisschen weniger. Das haben wir gut gemacht. Das war die Kleinigkeiten, dann Pfosten raus und nicht Pfosten drinnen und dann liegt das schnell am Gegentor. Ich hatte den Eindruck, dass der ein oder andere Spieler von Göppingen vier Schritte machen durfte und bei Magdeburgern wurden drei als vier gezählt. Ist das so ein spanisches Ding? Kommt mir das nur so komisch vor oder ist das eine Verschwörungstheorie, die ich vielleicht nicht so laut sagen sollte? Ich möchte es nur als Eindruck formulieren. Was sagst du dazu? Das weiß ich nicht. Das ist immer einfach nach dem Spiel die Schule zu geben. Ich denke eigentlich, dass die war eigentlich ganz schlecht für beide Mannschaften, muss ich ehrlich sagen. Wir können das hundertprozent klar selber entscheiden und das haben wir leider heute nicht gemacht. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass bevor der Arm hoch geht, dass auf der einen Seite länger war als auf der anderen. Du hast wirklich viel geguckt über diese kleinen Dinge. Das weiß ich nicht, das habe ich nicht bemerkt. Es ist euch Spielern komplett egal und da brauchen wir uns als Fans gar nicht drüber aufzuregen, dass das hätte funktionieren können, wenn wir zum Beispiel Schiedsrichter aus Island oder Polen gehabt hätten. Ja genau. In der ersten Halbzeit war die Serie gut mit uns und die beiden Mannschaften können eigentlich ganz hart spielen und das fand ich sehr gut. Das brauchen wir in so einem Spiel. Wir sind ganz enttäuscht jetzt, dass wir stehen hier ohne Final Four Ticket. Kann man dieses Spiel jetzt innerhalb der Mannschaft für den Kopf so benutzen, um zu sagen, hey, es funktioniert, wir können das als ein, wir haben Energie getankt und wissen, dass der ein oder andere Spielzug funktioniert, Motivationsspiel für das Final Four benutzen? Ja klar, das finde ich. Ich finde, wir haben sehr stark gekämpft heute und viele Dinge richtig gut gemacht. Abwehr hat meistens sehr stark gestanden, die zweite Welle war viel besser, unser Positionsangriff finde ich auch ganz gut. Und ich denke, unsere Torquote, also ein Prozent unserer Chance war auch gut heute. Ich denke, wir können viele positive Elemente mitnehmen zum Samstagsspiel gegen Bergische Hase. Bei dir zu Hause ist ja so ein kleines Kind, oder? Wie geht's dem? Ja, sehr schön. Sie ist ganz nett im Moment, das ist perfekt. Kannst du sie kurz an der Nase streicheln, die nächsten Tage, um dann noch ein bisschen motiviert nach Hamburg zu fahren? Sie ist mein kleines Glückskind. Sie bringt mir Glück. Dann pack sie zu mir ins Auto, wir nehmen sie mit nach Hamburg. Ja, das können wir machen. Er hat ja gesagt. Also wir nehmen dein Kind mit nach Hamburg. Können wir meins auch gleich noch mitnehmen, das wird vielleicht schön. Würdest du mir persönlich, ich weiß nicht, kann mir vorstellen, dass der eine oder die andere da auch das gut fänden. Könntest du uns versprechen, dass ihr alles gebt, um ins Finale zu kommen? Natürlich. So wie letztes Jahr geben wir alles. Und wenn wir die fantastischen Zuschauer in Hamburg kommen, dann glaube ich auch, dass wir das nochmal erreichen können, ins Finale zu kommen. Und dann machen wir das letzte Schritt. Dann bitte zu uns auch den Gefallen, allen Spielern nochmal einen kleinen Klaps, egal wo ihr euch so Klapse hingebt. Ich weiß es nicht, das ist das beste Beispiel auf dem Hintern oder auf dem Rücken. Wie ist das so? Ja, das weiß ich nicht. Das ist wirklich zu sagen. Ich habe wieder versucht, so kleine Geheimnisse herauszufinden. In Macht über euch sagt man ja, ja, Geheimnisse. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Jakob Baggerstedt, großer Kämpfer, genauso wie alle heute. Das kann man auf jeden Fall mit Fug und Recht sagen. Vielleicht ist es wirklich heute noch eine kleine traurige Träne, aber dann in Hamburg können wir dann alle ganz großartig feiern. Wir müssen einfach weiter dran glauben. Und das haben Sie heute extrem bewiesen. Vielen Dank. Das Publikum ist auf jeden Fall der King heute gewesen. Dankeschön. Autogramme, Fotos, los geht's. Und das Bier nehme ich dann mit? Ja, das kannst du nehmen. Ich kann es auch hier brauchen. Ich gebe es den Chiris aus. Das ist ganz geil.